Ach, sag mal, hast du schon eine Ahnung, wie lange du bleiben möchtest? Ja, also wenn es euch recht ist, würde ich ganz gern bis Neujahr bleiben. Aber natürlich doch, du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Euch da zu Hause wünsche ich natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. Und wir wollen doch mal schauen, was sich heute hinter dem 21. Türchen alles so verbirgt. Ja, aha, da sehe ich schon, da haben wir wieder so einen Stehtisch. Und, boah, jetzt geht diese Tüte schon wieder so schwer heraus. Und nochmal einen Blumentopf mit roten Weihnachtssternen. Wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Bis Heiligabend sind es noch drei Tage. Was, nun noch? Mhm. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Musik